Herzlich willkommen zur Vorlesungsreihe Staatsorganisationsrecht und zum zweiten Teil des Videos zum Gesetzgebungsverfahren des Bundes. Im ersten Teil haben wir bereits die Gesetzesinitiative und den Gesetzesbeschluss des Bundestags behandelt. In diesem Video möchte ich die Beteiligung des Bundesrates näher beleuchten und kurz auf die Voraussetzungen für die Ausfertigung und Verkündung eingehen. Beginnen wir mit dem dritten Schritt des Gesetzgebungsverfahrens. Dieser führt von dem vom Bundestag beschlossenen Gesetz zu dem, was Artikel 78 das Zustandegekommene Gesetz nennt. Das schließt vor allem die Beteiligung des Bundesrats ein. Diese gibt es in unterschiedlichen Formen und je nachdem, ob der Bundesrat nur das Gesetzgebungsrecht zum Einspruch hat oder das Gesetz unter dem Vorbehalt seiner Zustimmung steht, kann das Verfahren an dieser Stelle unterschiedliche Wege nehmen. Artikel 78 Grundgesetz hilft Ihnen, sich zurechtzufinden. Behalten Sie diese Vorschrift im Auge. Die Vorschrift listet auf, was zum Zustandekommen des Gesetzes erforderlich ist oder erforderlich sein kann und ist damit so etwas wie Ihr Prüfungsprogramm in a nutshell. Wie Sie Artikel 78 und insbesondere auch Artikel 77 Absatz 1 Satz 2 Grundgesetz entnehmen können, muss an dem vom Bundestag beschlossenen Gesetz der Bundesrat mitwirken. Seine Beteiligung ist also ein fester Bestandteil des Verfahrens. Es bestehen jedoch Unterschiede hinsichtlich seiner Einwirkungsmöglichkeiten. Diese richten sich nach dem Typus des Gesetzes. Das Grundgesetz unterscheidet zwischen Zustimmungs- und Einspruchsgesetzen. Zustimmungsbedürftig sind Gesetze immer dann, wenn das Grundgesetz die Zustimmung des Bundesrates ausdrücklich anordnet. Die Zustimmungsbedürftigkeit kann unterschiedliche Gründe haben. Sie kann an der Gesetzesmaterie, an der Ausführungszuständigkeit der Finanzierung und anderem anknüpfen. Wichtige Fälle finden sich in Artikel 84 Absatz 1 und 85 Absatz 1 sowie Artikel 87 Absatz 3 Satz 2 Grundgesetz. Gesetze, die Auswirkungen auf die Organisations- und Verwaltungshoheit der Länder haben, bedürfen oft der Zustimmung des Bundesrats. Ein Sonderfall, in dem dessen qualifizierte Zustimmung erforderlich wird, sind verfassungsändernde Gesetze, wie sich aus Artikel 79 Absatz 2 Grundgesetz ergibt. Der Bundesrat tritt bei Zustimmungsgesetzen als Mitgesetzgeber in Erscheinung. Anders gewendet, ohne Zustimmung des Bundesrats, kommt das Gesetz nicht zustande. In der Klausur werden Sie daher zunächst feststellen müssen, ob ein Zustimmungs- oder ein Einspruchsgesetz vorliegt. Wie bei den Abstimmungen im Bundestag muss für die Zustimmung im Bundesrat ein bestimmtes Quorum erreicht werden. Artikel 52 Absatz 3 Satz 1 Grundgesetz bestimmt, dass der Bundesrat seine Beschlüsse mit mindestens der Mehrheit seiner Stimmen fasst. Lassen Sie uns dies anhand des nächsten Falls verdeutlichen. Der Bundesrat entscheidet über die Zustimmung zu einem Gesetz. Das Abstimmungsergebnis setzt sich aus 30 Ja-Stimmen, 25 Nein-Stimmen und 14 Enthaltungen zusammen. Hat der Bundesrat dem Gesetz zugestimmt? Die Zustimmung im Bundesrat muss positiv erfolgen. Anders als bei der einfachen Mehrheit im Bundestag, nach Artikel 42 Absatz 2 Satz 1 Grundgesetz, werden Enthaltungen im Rahmen des Artikel 52 Absatz 3 Satz 1 Grundgesetz ebenso betrachtet wie Nein-Stimmen. Sie müssen wissen, dass der Bundesrat zurzeit 69 Stimmen hat. Ein Gesetz hat also nur dann die Zustimmung des Bundesrats, wenn darauf wenigstens 35 Stimmen entfallen. Dieses Quorum ist im vorliegenden Fall nicht erreicht. Sodass der Bundesrat dem Gesetz nicht zugestimmt hat. Ein häufiges Klausurproblem, das mit der Zustimmung des Bundesrats verbunden werden kann, ist die Frage, ob ein Land seine Stimmen uneinheitlich abgeben kann oder darf, wenn die Stimmen dieses Landes für die Zustimmungsmehrheit benötigt werden. Auf dieses Problem werde ich allerdings an andere Stelle bzw. in der Vorlesung eingehen. Kommen wir als nächstes zu den Einspruchsgesetzen. Das sind solche, die nicht der Zustimmung des Bundesrats unterliegen. Das ist, wenn man so will, der verfassungsrechtliche Normalfall. In welchen Fällen Einspruchsgesetze zustande kommen, gibt Artikel 78 Grundgesetz mit Ausnahme der ersten dort genannten Variante an. Erstens, wenn der Bundesrat den Antrag gemäß Artikel 77 Absatz 2 Grundgesetz nicht stellt. Es handelt sich um den Antrag auf Einberufung des sogenannten Vermittlungsausschusses, dessen Befassung ein zwingendes Vorverfahren für die Möglichkeit des späteren Einspruchs ist. Zweitens, wenn der Bundesrat innerhalb der Frist des Artikel 77 Absatz 3 Grundgesetz keinen Einspruch einlegt. Diese Frist beträgt zwei Wochen und beginnt frühestens mit dem Ende des Vermittlungsverfahrens. Drittens, wenn der Bundesrat den Einspruch zurücknimmt, eine in Klausuren eher selten gesehene Variante, und schließlich viertens, wenn der Einspruch vom Bundestag überstimmt wird. Dies ist in Artikel 77 Absatz 4 Grundgesetz geregelt, der nicht von Überstimmen, sondern vom Zurückweisen des Einspruchs spricht. Werfen wir einen genaueren Blick auf diese vier Erfordernisse. Nach Artikel 78, zweite Variante, kommt das Gesetz zustande, wenn der Bundesrat keinen Antrag nach Artikel 77 Absatz 2 stellt, also kein Vermittlungsverfahren einleitet. Ein Vermittlungsverfahren ist zwar auch bei Zustimmungsgesetzen möglich, aber nur bei Einspruchsgesetzen ist es zwingende Voraussetzung für das Recht, danach Einspruch einlegen zu können. Dafür hat der Bundesrat nach Artikel 77 Absatz 2 Satz 1 Grundgesetz drei Wochen Zeit. In Artikel 78 Variante 2 Grundgesetz müsste also eigentlich ergänzt werden, den Antrag gemäß Artikel 77 Absatz 2 innerhalb der Frist des Artikel 77 Absatz 2 Satz 1 nicht stellt. Über den Vermittlungsausschuss müssen Sie folgendes wissen. Zunächst, dass das Grundgesetz ihn gar nicht so nennt. Er heißt dort ein aus Mitgliedern des Bundestages und des Bundesrates für die gemeinsame Beratung von Vorlagen gebildeter Ausschuss. Er besteht aus jeweils 16 Mitgliedern des Bundestags und des Bundesrats, also einer Bundestagsbank und einer Bundesratsbank. Dass der Vermittlungsausschuss selbst kein Verfassungsorgan ist, erkennen Sie daran, dass er keine Geschäftsordnungsautonomie besitzt. Siehe Artikel 77 Absatz 2 Satz 2 Grundgesetz. Dies und die Bezeichnung Vermittlungsausschuss machen deutlich, dass die Zuständigkeiten des Ausschusses begrenzt sind. Er kann Änderungen, Ergänzungen und Streichungen an einer Gesetzesinitiative vorschlagen. Ihr Wesen darf er nicht verändern. Er darf über den gegenständlichen Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens zum Zeitpunkt seiner Einberufung nicht hinausgehen. Er darf nichts vorschlagen, was nicht bereits Gegenstand von Änderungsvorschlägen im Bundestag oder gegen Vorschlägen anderer Initiativberechtigter, zum Beispiel der Bundestagsausschüsse, gewesen ist. Seine Vorschläge dürfen nicht auf Informationen beruhen, die den Abgeordneten im Zeitpunkt der Beschlussfassung durch den Bundestag nicht zugänglich waren. Vor allem beschließt der Vermittlungsausschuss nicht über den Inhalt des Gesetzes, sondern er beschließt über Vorschläge. Über jeden seiner Änderungsvorschläge muss der Bundestag nach Artikel 77 Absatz 2 Satz 5 Grundgesetz noch einmal entscheiden, denn er beschließt nun einmal die Gesetze. Prüfen Sie in der Klausur genau, ob der Vermittlungsausschuss ganz oder in Teilen ein eigenes Gesetz vorschlägt, denn das darf er nicht. Tut er es doch, kann selbst der erneute Beschluss des Bundestags nach Satz 5 den Fehler nicht heilen. Eine Heilung würde eine demokratisch-parlamentarische Willensbildung erfordern, die sich durch Gestaltungsmacht und Ergebnisoffenheit auszeichnet. Ein Beschluss nach Artikel 77 Absatz 2 Satz 5 Grundgesetz allein genügt dafür nicht, denn der Bundestag kann den Änderungsvorschlag lediglich annehmen oder ablehnen. Der Inhalt ist aber durch den Vermittlungsausschuss schon vorgegeben. Natürlich besteht auch die Möglichkeit, dass der Vermittlungsausschuss keine Änderungen vorschlägt, womit wir bei der dritten Variante des Artikel 78 Grundgesetz sind. Nachdem das Vermittlungsverfahren abgeschlossen ist, muss der Bundesrat nach Artikel 77 Absatz 3 Grundgesetz entscheiden, ob er Einspruch einlegen will oder nicht. Dafür hat er zwei Wochen Zeit, wobei die Einspruchsfrist beginnt, wenn das Vermittlungsverfahren beendet ist. Muss der Bundestag erneut beschließen, beginnt die Frist mit seinem Beschluss. Ein zweites Vermittlungsverfahren gibt es dann nicht. Für die Entscheidung über den Einspruch gelten die gleichen Mehrheitsregeln wie für die Zustimmung. Nur die Folgen sind unterschiedlich. Wenn der Bundesrat bei Zustimmungsgesetzen mit der erforderlichen Mehrheit von 35 Stimmen die Zustimmung erteilt, ist das Gesetz sofort zustande gekommen. Wenn der Bundesrat bei Einspruchsgesetzen mit der erforderlichen Mehrheit Einspruch einlegt, ist das Gesetz vorerst blockiert. Nicht gescheitert, aber doch blockiert. Wenn der Bundestag dem Gesetz noch zum Erfolg verhelfen will, und das ist nun die letzte Variante des Artikel 78 Grundgesetz, muss er den Einspruch überstimmen oder nach anderer Terminologie zurückweisen. Was dafür erforderlich ist, steht in Artikel 77 Absatz 4 Grundgesetz. Ein bisschen Rechnen bleibt Ihnen bei der Anwendung der Vorschrift im Klausurfall womöglich nicht erspart, aber keine Angst. Zu höherer Mathematik müssen Sie sich nicht aufschwingen. Am Rechnen scheitern Prüflinge bei Artikel 77 Absatz 4 Grundgesetz ohnehin selten. Viel häufiger scheitern sie daran, dass die Vorschrift nicht gründlich genug gelesen und daher falsch angewendet wird. Was für die Zurückweisung des Einspruchs erforderlich ist, hängt davon ab, wie der Bundesrat vorher den Einspruch beschlossen hat. Genau genommen mit welcher Mehrheit. Artikel 77 Absatz 4 Grundgesetz unterscheidet zwischen dem Einspruch, der mit einfacher Mehrheit des Bundesrats beschlossen worden ist, also mit mindestens 35 Stimmen, und dem Einspruch, der mit zwei Dritteln der Stimmen des Bundesrats beschlossen worden ist. Bei 69 Stimmen im Bundesrat insgesamt sind das 46. Diese Zahlen müssen Sie kennen. Sie können sich nicht darauf verlassen, dass die Klausurstellerin oder der Klausursteller Ihnen verrät, wie groß der Bundesrat ist. In Abhängigkeit von den auf den Einspruch im Bundesrat entfallenden Mehrheiten muss der Bundestag zur Zurückweisung also mehr oder auch weniger tun. Ist der Einspruch mit einfacher Mehrheit beschlossen worden, so kann er durch die Mehrheit der Mitglieder des Bundestags zurückgewiesen werden? Beachten Sie den Wortlaut genau. Hier steht Mehrheit der Mitglieder. Für den Gesetzesbeschluss genügte uns noch die Mehrheit des Artikel 42 Absatz 2 Grundgesetz, also das überwiegende Ja über die Nein-Stimmen. Die Mehrheit der Mitglieder ist eine andere, nämlich die des Artikels 121 Grundgesetz. Dieser definiert die Mehrheit der Mitglieder des Bundestags als die Mehrheit seiner gesetzlichen Mitgliederzahl. Gemeint ist damit die Mehrheit der Zahl der Abgeordneten, die der Bundestag in Anwendung der Bestimmungen des Bundeswahlgesetzes gerade hat. Dazu folgender Fall. Der Bundestag hat 600 Mitglieder. Der Bundesrat hat mit 40 Stimmen ordnungsgemäß Einspruch eingelegt. Im vollbesetzten Bundestag votieren 250 für die Zurückweisung des Einspruchs, 200 dagegen und 150 enthalten sich. Ist das Gesetz zustande gekommen? Das Gesetz ist, wie Sie hoffentlich richtig erkannt haben, nicht zustande gekommen. Der Einspruch ist vom Bundestag nicht überstimmt worden, weil hinter diesem Beschluss nicht die Mehrheit der Mitglieder steht. Erforderlich gewesen wären 301 Stimmen. Hier sehen Sie den Unterschied zu Artikel 42 Absatz 2, der lediglich mehr Ja als Nein-Stimmen erfordert. Bei Artikel 121 Grundgesetz dagegen wirken die Enthaltungen wie Nein-Stimmen. Es hätte eine Mehrheit der Mitglieder die Zurückweisung des Einspruchs positiv stützen müssen. Noch höher sind die Anforderungen, wenn der Einspruch des Bundesrats mit zwei Drittel Mehrheit beschlossen worden ist. In diesem Fall verlangt Artikel 77 Absatz 4 Satz 2 Grundgesetz zur Zurückweisung, Zitat, eine Mehrheit von zwei Drittel, mindestens die Mehrheit der Mitglieder des Bundestages. Zitat Ende. Gemeint ist eine Kombination von zwei Erfordernissen. Erstens bedarf es einer Mehrheit von zwei Dritteln, und zwar der abgegebenen Stimmen. Es handelt sich um eine qualifizierte Mehrheit, die jedoch den Erfordernissen des Artikel 42 Absatz 2 Grundgesetz unterliegt. Von den abgegebenen Stimmen müssen wenigstens zwei Drittel auf Ja zur Zurückweisung entfallen. Enthaltungen werden herausgerechnet, sie zählen nicht. Es muss also mindestens doppelt so viele Ja- wie Nein-Stimmen geben. Zusätzlich muss aber auch noch ein zweites Erfordernis erfüllt sein, das inhaltlich Artikel 77 Absatz 4 Satz 1 Grundgesetz entspricht. Die auf die Zurückweisung des Einspruchs entfallenden Stimmen müssen auch die Mehrheit der Mitglieder des Bundestags erfassen. Damit sind wir, was dieses zweite Erfordernis angeht, bei Artikel 121 Grundgesetz, wo Enthaltungen wie Nein-Stimmen wirken. Lassen Sie uns das einmal üben. Der Bundesrat hat mit 60 Stimmen Einspruch erhoben. Der Bundestag hat 600 Mitglieder. Anwesend sind 400. 250 von diesen Stimmen für die Zurückweisung des Einspruchs. 100 dagegen und 50 enthalten sich. Das Gesetz ist gescheitert, weil der Einspruch gescheitert ist. Zwar ist das erste Erfordernis erfüllt, weil es mehr als doppelt so viele Ja- wie Nein-Stimmen gibt. 250 zu 100. Aber die Mehrheit der Mitglieder des Bundestags ist verfehlt worden. Erforderlich gewesen wären mindestens 301 Ja-Stimmen nach dem zweiten Erfordernis. Probieren wir es noch einmal. Der Bundesrat hat mit 60 Stimmen Einspruch eingelegt. Der Bundestag hat 600 Mitglieder, von denen 550 anwesend sind. 301 Abgeordnete stimmen dafür, 200 dagegen, 49 enthalten sich. Sie haben es gemerkt. Hier verhält es sich genau umgekehrt. Die Mitgliedermehrheit von 301 ist erreicht. Nicht aber die Zweidrittelmehrheit der abgegebenen Stimmen. Denn die Zahl der Ja-Stimmen überschreitet die der Nein-Stimmen nur um etwa 50 Prozent. Zu guter Letzt noch ein Hinweis. Sie haben gesehen, dass das Gesetzgebungsverfahren seine Tücken hat. Da man verfahrensrechtliche Probleme relativ leicht und ohne Aufwand in eine Klausur einbauen kann, kommen sie häufiger und auch bei Grundrechtsklausuren einmal ins Spiel. In diesem Video habe ich mit Ihnen die wichtigsten Probleme behandelt. Aber keineswegs alle und keineswegs in allen Details. Sonst würde es mehr als eine Stunde umfassen. Auf ein Prüfungsproblem will ich Sie im Zusammenhang mit Einspruchs- und Zustimmungsgesetzen nur am Rand aufmerksam machen. Wie verhält es sich eigentlich, wenn das Gesetz ein Einspruchsgesetz ist, der Bundesrat es aber für ein Zustimmungsgesetz hält und umgekehrt? Dann müssen Sie sich mit der Frage befassen, ob der Einspruch in eine Versagung der Zustimmung umgedeutet werden kann oder ob die Versagen der Zustimmung, die allerdings positiv vorliegen muss, in einen Einspruch umgedeutet werden kann. Im Schrifttum herrscht schon über die grundlegende Möglichkeit einer Umdeutung wenig Einigkeit. Wenn man sie aber für möglich hält, und das lässt sich gut vertreten, dann muss man sie nach den Regeln vornehmen, die man von § 140 BGB und § 47 Verwaltungsverfahrensgesetz her kennt. Und dazu gehört, dass die Voraussetzungen der Rechtshandlung in die umgedeutet wird, vorliegen müssen. Damit scheitert im Regelfall jedenfalls eine Umdeutung der versagten Zustimmung in einen Einspruch. Dazu nämlich müsste der Bundesrat vorher fristgerecht die Einberufung des Vermittlungsausschusses verlangt haben. Die ist bei Zustimmungsgesetzen aber nicht nötig. Der Bundesrat wird sie also im Regelfall nicht verlangt haben. Somit scheitert in diese Richtung eine Umdeutung bzw. die Voraussetzungen des Einspruchs liegen nicht vor. Das Gesetz muss zum Inkrafttreten schließlich noch den vierten und fünften Schritt gehen. Es muss vom Bundespräsidenten ausgefertigt werden und dem Bundesgesetzblatt verkündet werden. Obwohl man den Wortlaut zu deuten könnte, der Bundespräsident ist für die Verkündung nicht zuständig. Das Bundesgesetzblatt gehört zum Geschäftsbereich des Bundesjustizministeriums. Im Normenkontrollfall oder bei der Grundrechtsprüfung stellen sich praktisch nie Probleme im Zusammenhang mit Artikel 82, weswegen ich auf Ausfertigung und Verkündung hier nicht näher eingehen will. Für die Klausur bedeutsam wird Artikel 82 dann, wenn der Bundespräsident sich weigert, ein Gesetz auszufertigen. Also von seinem Prüfungsrecht Gebrauch macht. Das muss im Organstreit geprüft werden. Aber Achtung! Bei der Frage, ob der Bundespräsident die Ausfertigung verweigern durfte, muss Inzident auch dann geprüft werden, ob das Gesetz in verfahrensrechtlicher Hinsicht und auch sonst verfassungsgemäß war. Diese Prüfung endet naturgemäß, aber beim Zustandekommen des Gesetzes gemäß Artikel 78 Grundgesetz. Ich hoffe, meine Darstellungen haben Ihnen das Gesetzgebungsverfahren des Bundes nähergebracht. Auf Wiedersehen und weiterhin viel Erfolg! Untertitelung des ZDF für funk, 2017